Der Stoma-Träger kann die Handhabung von Stoma-Verschlusskappen erlernen, die es ihm ermöglichen, eine Zeit lang ohne Stoma-Beutel zu sein. Mit einem Stoma-Verschluss gelingt es vielen Stoma-Trägern, die Stuhlentleerung zu kontrollieren und eine gewisse Kontinenz wieder zu erlangen. Der Stoma-Verschluss wird aus Schaumstoff oder weichem Kunststoff hergestellt. Der Schaumstoffstöpsel entfaltet sich durch die Feuchtigkeit der Darmschleimhaut. Der Kunststoffstöpsel bleibt in seiner Form. Durch die Stoma-Kappe wird das Aneinanderreiben der Darmband und somit die Geräuschbildung beim Austritt der Darmgase verhindert. Der Stoma-Träger weiß, wie lang er die Stoma-Kappe tragen kann und wann die Stuhlentleerung erfolgt. Das Stoma wird mit einer feuchten Kompresse gereinigt. Die Richtung des Stoma-Verlaufs wird ertastet. Dazu wird etwas Gleitmittel auf den kleinen Finger aufgetragen und das Stoma vorsichtig sondiert. Dieses Stoma verläuft kaudal. Der Stoma-Verschluss wird in Richtung des Darmverlaufes und in leicht drehenden Bewegungen vorsichtig eingeführt. Nach dem Einführen sollte der Stoma-Träger noch ca. 30 bis 40 Minuten in der Stoma-Ambulanz verbringen. Wird der Vorgang zum ersten Mal durchgeführt, sollte dies immer im Beisein von geschultem Fachpersonal stattfinden. Die Sache hört sich. Die Sache hört sich. Die Sache hört sich.